Herzlich Willkommen meine Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal, heute zu 2x Elite Rewards von Gekko und von Fabi. Ich hoffe es gefällt euch Freunde, wenn ja, gebt es dir sehr gerne einen Daumen hoch, lasst dir sehr gerne ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, ab geht's! So Freunde, checkt noch gerne meinen neuen Partner aus und mit dem Code alex96 bekommt ihr nochmal 5%, ab geht's! So Freunde, Elite 3 Rewards bei Fabi, gucken wir mal ob die gönnen, ja im Stream heute haben die auf jeden Fall Leute dick gegönnt Kappa. Schauen wir mal, was die gönnen hier, 3 rote Player Picks, fangen wir mit dem Ersten an, let's go! Schauen wir mal, ab geht's! Immerhin ein Aussie Ball, nimmt man schon mal mit, 6-nachtischer Karte, zu Beginn, ok! Komm, let's go jetzt, die zweite, ja Delaney am Start, auch SPC-Futter gefüllt, und der dritte, komm, Gebt Werner oder Rashford jetzt EA, eh das, und Rashford, Rashford ist natürlich sehr, sehr schmackhaft, Rashford ist natürlich sehr, sehr schmackhaft, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Ausbau. So, Mega-Pack, let's go, schauen wir mal, was rumkommt. Player Picks waren ja schon sehr, sehr gut, Freunde, und hier gibt's leider gar nix im Mega-Pack. Schade. Freunde, 100k-Pack, gucken wir mal, ob das gönnt. Bei mir da 2x 83er, obwohl, einen hatten wir, glaube ich, nicht mal einen 83er, ok, Walkout, stabil, gucken wir mal. Kroatien-Modric ist das, ja, Modric immerhin, immerhin, Modric 7-80, kann sogar noch was dahinter sein, ist auf jeden Fall ein gutes Pack, muss man sagen. Das geht schon klar. Ah, Defri noch und Bürki. So, Freunde, 125k-Pack, let's go, gucken wir mal, was die hier rausgeben, ob nochmal ein Walkout kommt, wäre natürlich sehr stabil. Gucken wir mal, kein Walkout. Ich habe ja da mich für die 80.000 entschieden. Allen? Ah, Arthur, das ist schon ein Schmutzpack. Ich habe mich da ja auf meinem Account, Freunde, für die 80.000 entschieden. War anscheinend besser, wenn man das Pack hier sieht. Witzel noch, ähm, Jimenez, ein ganzer Dortmunder hier am Start, 10k für, aber nicht mal 10k für den Zaha. Belastend. Äh, das ist schon minus, das Pack, aber, ja, ich denke mal, wenn man einen roten Rashford zieht, kann man sich nicht beschweren. So, 3er-Inform-Pack, Freunde, da kannst du natürlich auch richtig drin knallen, wenn ein Rashford oder Werner rauskommt. Machen wir mal auf, schauen wir mal, was rumkommt. Und, let's go und gönnen EA Sports. Wenn da natürlich kein Walkout kommt, weiß man schon direkt, dass man, ja, nur Müll zieht. Aber wir haben ja schon mal Walkout, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ibra, ja, das ist schon mal nicht gut, aber immerhin Ibra. Walkout am Start, aber, ja, ist halt jetzt nicht so gut. Kann halt nur noch Delaney dahinter sein, ne, als Bester. Boah, ja, zwei absolute Vollmülltonnen, aber immerhin, ja, ein Ibra gepackt, Freunde. Ja, der Rest ist schon sehr schlecht, Ibra. Und auch, das ist eigentlich ein komplettes Abstoß-Pack. Ähm, ja, Freunde. So, Freunde, machen wir weiter mit Gecko-Sein-Packs. 2x Megapack, 2x 125k-Pack. Gucken wir mal, was die gönnen. Starten wir rein mit dem ersten 30k-Pack. Los geht's, schauen wir mal, was die gönnen. Ja, 35k oder 30k ist ja dasselbe. Komm, gönn mal. Ah, schon mal direkt nix im ersten Pack. Schmeichel. Oh, oh, Eriksen, 85, oder? Ja, immerhin. So, 225k-Packs, Freunde. Machen wir das erste auf, schauen wir mal, was die gönnen. Walkout wäre hier natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, schauen wir mal, was die hier geben. Naja, schon mal keinen. Das ist natürlich schon mal die Krütze. Da ist ein Checo, dann Pianic, ja. Wow, 85er. Kann aber theoretisch sogar noch ein bisschen was dahinter sein. Aber so viel halt auch nicht, ne. Gucken wir mal, was dahinter ist. Ja, Mondi immerhin, Mondi ist natürlich sehr, sehr schmackhaft. Sogar als Champions League-Version. So, let's go. Gucken wir mal, ob der Walkout kommt aus dem SPC-Pack. Oder nicht? Ne. Oh, immerhin in 10k-Informen, ne. Ey, der hat sogar relativ gute Werte, ne. 90er Stärke, wie groß ist der, ist es? Okay. So, Freunde, letztes 125k-Pack danach geht's zu den Weekend League-Rewards. Ab geht's. Let's go. Schauen wir mal, ob jetzt endlich mal hier ein Walkout kommt. Wäre natürlich nice, wenn wir hier jetzt eine fette Karte hätten. Das ist schon mal nicht so geil. Frankreich, LM, Koman, das ist natürlich ein schlechtes 125k-Pack. Aspi noch drin, Porto, aber das ist schon nicht so geil, das Pack. Das ist schon ein sehr, sehr schwaches Pack, Freunde. So, Freunde, die Weekend League-Rewards. Drei rote Player-Picks. Legen wir direkt los mit dem ersten. Ich hoffe natürlich auf ein paar Kracher. Schauen wir mal, was kommt. Let's go, komm. Uff, den natürlich auch. Das ist natürlich Krütze. Komm, let's go, gönn was. Delaney oder ein Ossi, aber Delaney würde ich schon mitnehmen. Das ist bis jetzt schwach. Das ist bis jetzt schwach für Elite, muss man sagen. Schwach. Letzter Player-Pick. Komm, gönn jetzt was Gescheites ein, der Big Boys. Boah, das war ja richtig schlecht. Dafür Elite-Chat. Das ist ja... Das ist ja... Katastrophe. Alter. Ja, nimm den mit. Aber die gibst ja eh alle drei für diese Dings ab. Das ist ja gar nix gewesen. Das war ja gar nix gewesen. Das war ja gar nix. Puh. So, Freunde. 100k-Pack und dann noch drei in vom Set. Komm, EA Sports. Nicht geiern. Wie gesagt, EA macht so, als ob Elite einen Schmutzrang wäre. Gefühlt. Und ja, das ist zu krass. Aber die 100k-Packs sind leider nicht gut. Deutscher kann nix Gutes sein. Knabry. Ja. 7.000, 8.000 Münzen ist halt überhaupt nicht gut. Muss man einfach sagen, Freunde. Also, ja. Okay, Reus noch drin. Immerhin. Das geht schon klar. Ein Rotri noch. Ein Reus bringt, glaube ich, auch noch immerhin fast ein Fuffi. Also, das geht noch, das Pack. Das ist schon noch in Ordnung. Immerhin ein Reus noch. Ist gut, eigentlich. Wenn man sich überlegt. Mein 100k-Packs waren beide nicht mal so viel wert. Das geht schon klar. Robben, die Gold platzen noch drin. Ja. So, letzte Pack für heute, Freunde. Dreier-Inform-Pack. Wir wollen jetzt hier ein Walkout sehen. Ab geht's, IS-Balls. Gönnt jetzt mal hier einen Rashford oder Werner. Komm, gönn jetzt. Das ist kein Walkout. Das ist Katastrophe. Was ist das? Bamba. Ist das vielleicht was wert? Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt echt nicht, ob der vielleicht was wert ist. Das ist wahrscheinlich noch der Beste von denen. Nicht-Walkouts, denke ich mal. Also, das ist schon schwach. Vielleicht noch der Amawi dahinter. Nee. Ja, wow. 20 ist der wert. Ja, kann man nichts machen, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt gerne rein, was ihr gezogen habt. Und dann würde ich sagen, ciao, ciao. Bis die Tage, mein Lieben, Freunde.